Sie sind beide große Kritiker des Deutschtums, dieser auf unmittelbar künstlerische, jener auf unmittelbar schriftstellerische Weise. Wagners Deutschtum, also so wahr und mächtig es sei, ist modern, gebrochen, zersetzt, dekorativ, analytisch, intellektuell und seine Faszinationskraft, seine eingeborene Fähigkeit zu kosmopolitischer, zu planetarischer Wirkung stammt daher. Seine Kunst ist die sensationellste Selbstdarstellung und Selbstkritik deutschen Wesens, die sich erdenken lässt. Das schreibt Thomas Mann in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen, in jenem Essay, mit dem er am Ende des Ersten Weltkriegs noch einmal das Deutsche gegen den Zivilisationsliteraten verteidigen möchte, noch einmal ein Plädoyer halten möchte für den deutschen Geist, den er von der Politik abgrenzt und von dem es heißt, ich zitiere ihn, der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur. Und Deutschland, das ist Kultur, das ist Seele, Freiheit, Kunst und Nicht-Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur. Der Unterschied von Geist und Politik ist zum weiteren Beispiel der von kosmopolitisch und international. Jener Begriff entstammt der kulturellen Sphäre und ist deutsch, also kosmopolitisch. Dieser entstammt der Sphäre der Zivilisation und Demokratie und ist etwas ganz anderes. International ist der demokratische Bourgeois, möge er überall auch noch so national sich trappieren. Der Bürger ist kosmopolitisch, denn er ist deutsch. Deutscher als Fürsten und Volk. Dieser Mensch der geografischen, sozialen und ethischen Mitte war immer und bleibt immer der Träger der deutschen Geistlichkeit, Menschlichkeit und Antipolitik. Zitat Ende. Das Deutsche bei Thomas Mann ist hier kosmopolitisch, nicht international, in einem die nationalen Unterschiede egalisierenden Sinne, sondern der Welt zugewandt auf dem Hintergrund nationaler Eigentümlichkeiten, die freilich nicht abgrenzen und ausschließen sollen, sondern offen sind und empfänglich für anderes. Fähig zur Adaption dessen, was die Welt ihnen bietet. In diesem Sinne meint Thomas Mann, um ihn ein letztes Mal hier zu zitieren, es habe in Deutschland nie eine Wagner-Kritik gegeben und Baudelaire, Zitat, Baudelaire und Barré haben bessere Dinge über Wagner gesagt, als in irgendwelchen deutschen Wagner-Biografien und Apologien zu finden sind. Ausgenommen natürlich Nietzsche, den man aber ohnehin kaum unter jenen Typus des Deutschen zählen kann, den Thomas Mann hier pejorativ charakterisiert. Wagner war also, nimmt man Thomas Mann ein Deutscher, der kosmopolitisch zu verstehen und zu sehen ist und dort, wo er sich selbst als Deutscher äußert, gebrochen, analytisch, intellektuell und dekorativ auftritt. Man könnte einwenden, dass dies eine spezifische von Nietzsche herkommende Sicht auf Wagner ist, die Thomas Mann hier formuliert, eine Sicht, die vor allem die Anhänger Wagners so niemals geteilt haben. Und dort stimmt diese Sicht in entscheidenden Teilen mit Wagners eigener Selbstbestimmung überein. Schon der noch junge Wagner hat in seinem ersten größeren Essay über die deutsche Oper, den er in Laubes Zeitung für die elegante Welt 1834 veröffentlichte, Sie werden ihn kennen, am Ende bekannt, nur der werde Meister einer zukünftigen Oper sein, der, ich zitiere ihn, weder italienisch, französisch, noch aber auch deutsch schreibt. Der Opernstil der Zukunft war für Wagner ganz offensichtlich eine Synthese und Weiterentwicklung unterschiedlicher europäischer Opernstile und es ist sicherlich kein Zufall, dass die beiden ersten vollendeten Opern Wagners, die Feen und das Liebesverbot, vollständig der italienischen Operntradition verpflichtet sind, Rienzi wohl eher der französischen Grand Operat und erst der fliegende Holländer den Schritt zu einem eigenen Entwurf wagt, aber auch nur einen Schritt, in dem sich dann allerdings auch noch Elemente der italienischen wie der französischen Oper mit der deutschen Romantik amalgamieren. Wagners Weg zu einer eigenständigen musikalischen Sprache verlief über die Auseinandersetzung mit der europäischen Opern und Musiktradition. Und diese Auseinandersetzung findet sich auch in seinen weitausholenden musiktheoretischen wie musikhistorischen Essays, vor allem in Oper und Drama, wo er das eigene Konzept des Musikdramas in kritischer Reflexion mit der italienischen und französischen Oper, ich möchte es mal so freundlich formulieren, in kritischer Reflexion mit der italienischen und französischen Oper zu entwickeln und zu konturieren versucht. Jenseits der unmittelbaren musikalischen Stilentwicklung geben aber die Schriften einen Aufschluss darüber, wie Wagner sein Verhältnis zum Deutschen, zu Deutschland und zur deutschen Nation sah. Vor allem die beiden Essays, die eben schon zitiert worden sind, die Kunst und die Revolution und das Kunstwerk der Zukunft, weisen ihn als einen weit über den eingrenzenden deutschen Horizont hinaus denkenden Künstler aus, dessen politisch-ästhetische Theorie zumindest europäisch, wenn nicht sogar global bzw. ich würde lieber sagen universalistisch gedacht ist. In Kunst und die Revolution, das ist eben schon angedeutet worden, konfrontiert er bekanntlich die klassisch-griechische Antike mit der modernen europäischen, nicht nur mit der deutschen Zivilisation, das wird immer so getan, als ob das eine Kontrastgeschichte zwischen Griechenland und der deutschen Entwicklung sei, nein, mit der europäischen und diese Konfrontation mit ihrem an Ende formulierten Vernichtungsurteil ist keineswegs national auf Deutschland eingeschränkt. Vielmehr das Ergebnis einer generellen Geschichtstheorie, wenn man diesen anspruchsvollen Begriff auf das Schreiben Wagners anwenden will. In das Kunstwerk der Zukunft verfährt er, was eine potenziell nationale Geltungseinschränkung betrifft, ganz genauso. Hier entwickelt er zunächst auf der Basis allgemeiner anthropologischer Grundtheoreme seine generelle Sicht von Natur, Mensch, Gesellschaft und Kunst und kommt danach zu einer Diagnose der Gegenwartskunst, um anschließend sein Konzept des Gesamtkunstwerks zu entwerfen und am Ende die Perspektive einer neuen genossenschaftlichen Ordnung der Gesellschaft bei gleichzeitiger Abschaffung des Staates zu propagieren. Man würde doch heute sagen, er ist ein Propagandist von Netzwerkorganisationen. Auch in diesen Texten findet sich, wenn man sie liest, nicht der geringste Hinweis darauf, dass all diese Überlegungen, die er da anstellt, nur für Deutschland gelten sollen, sondern alles, was er schreibt, hat einen europäischen Geschichts- und Erfahrungshintergrund, ist normativ aber ins Universalistische gewendet und erhebt den Anspruch allgemeiner Geltung. Wagner denkt in dieser Phase seines Lebens, Sie haben gesagt der frühe Wagner, aber man muss sich ja vor Augen führen, dass der immerhin 36 Jahre alt war, sogar darüber, denn die Schriften sind ja in Zürich entstanden, aber 37, 38 Jahre alt. Wagner entwickelt, denkt in dieser Phase seines Lebens über den Nationalstaat explizit hinaus. Er spricht davon, nach der ersten Stufe der Entwicklung einer nationalen Geschichte erscheine nun eine zweite, eine, ich zitiere ihn, unnationale, universelle, als die nunmehr entscheidende Stufe, auf der sich dann eine neue Kunst entfalten solle, die zwar, Zitat Wagner, das Volk als die bedingende Kraft für das Kunstwerk benötige, das kennen Sie, dieses Zitat, aber doch bloß, aber doch über den bloß nationalen Rahmen hinaus dränge und, das ist entscheidend, das sogenannte reinmenschliche zum Ziel habe. Dieser Begriff des reinmenschlichen, der bei Wagner in vielerlei Schriften immer und immer wieder vorkommt, ist in seinem Denken ein Fundamentalbegriff, eine zentrale Grundkategorie seiner politisch-ästhetischen Vision, deren Zweck und Ziel es ist, über und durch die Kunst jene Bedingungen herzustellen, die der Verwirklichung des reinmenschlichen dienlich sind und sie überhaupt erst erlauben. Und das reinmenschliche zielt natürlich nicht auf Deutsch oder Nichtdeutsch, auf Nationales, sondern auf anthropologische Grundgegebenheiten der menschlichen Existenz. Das hatte sich Wagner auch von der Revolution erhofft, die er 1848 mitbetrieben, an der er 1849 teilgenommen und auf die er, wie viele seine Briefe an Freunde belegen, auch nach 1852 im Schweizer Exil immer noch heftig hoffte. Die Radikalität seines Revolutionsverständnisses habe ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt. Ich will das hier nicht noch einmal genauer nachvollziehen. Wichtig ist mir, dass seine Hoffnung auf Revolution sich auf Europa bezog und die daran anknüpfende Vision eines neuen Menschen, eines über die Kunst vermittelten neuen Modus der Gemeinschaftsbildung und der menschlichen Kommunikation, die nicht mehr über die Politik als dem zentralen Medium der Vergesellschaftung und der Vergemeinschaftung läuft, sondern über die Kunst. Dieser neue Modus der Vergemeinschaftung über die Kunst sich eben nicht nur auf Deutschland bezog, natürlich auf Deutschland in erster Linie, aber nicht nur ausschließlich, sondern auch auf die im Übrigen ihm wichtigen Kulturländer Europas. Gleichwohl war Wagner zutiefst in Deutschland, in dessen Kunst, in dessen Geistes- und Kulturgeschichte verhaftet. Es gibt zahllose Texte und Textstellen, die ein nicht enden wollendes Reflektieren der geistig-kulturellen und politisch-gesellschaftlichen Situation der Deutschen belegen, auf die ich hier nicht eingehen will und die ich auch nicht zitieren möchte. Immer wieder schwankt Wagner zwischen Hochstimmung und tiefer Resignation. Mal sind eben die Deutschen die Kulturnation Europas schlechthin, vor allem mit ihren Leistungen im Bereich der Musik. Mal gerät er in Verzweiflung darüber, dass diese Deutschen ihre eigenen Wurzeln so wenig schätzen, sich dem Kopieren fremder Zivilisationen hingeben und vor allem seinen Werken nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken, was ihm am Ende zu der Überlegung bewegt, nach Amerika auszuwandern, das wissen Sie. Aber dort, wo er das Deutsche positiv sieht, ist es ihm stets national nicht eingeschränkt. Schon der junge in Paris lebende Wagner schreibt in einem kleinen Essay über deutsches Musikfeder Lesen, das möchte ich Ihnen etwas ausführlicher zitieren, die universelle Richtung, deren der Deutsche Genius fähig ist, machte es dem deutschen Künstler leicht, sich selbst auf fremdem Terrain einheimisch zu machen. Wir sehen, wie die Deutschen sich schnell in das, was national Eigentümlichkeiten bei ihren Nachbarn zur Geburt brachte, hineinfühlen und sich dadurch von Neuem einen festen Standpunkt verschaffen, von dem aus sie dann den ihnen innewohnenden Genius weit über die Grenzen der beschränkten Nationalität hinaus die schöpferischen Schwingen ausbreiten lassen. Der deutsche Genius scheint fast bestimmt zu sein, das, was seinem Mutterlande nicht eingeboren ist, bei seinen Nachbarn aufzusuchen, dies aber aus seinen engen Grenzen zu erheben und somit etwas Allgemeines für die ganze Welt zu schaffen. Natürlich kann diese Aufgabe nur von demjenigen erreicht werden, der sich nicht damit begnügt, sich in eine fremde Nationalität hineinzulügen, sondern der das Erbteil seiner deutschen Geburt rein und unverdorben hält und dieses Erbteil ist Reinheit der Empfindung und Keuschheit der Erfindung. Wo diese Mitgift erhalten wird, da muss der Deutsche unter jeder Himmelsgegend, in jeder Sprache und jedem Folge das Vorzüglichste leisten können. In späteren Lebensjahren wird das Deutsche von Wagner stärker als die Fähigkeit akzentuiert, sich der eigenen Wurzeln, vor allem der eigenen Sprachwurzeln, bewusst zu werden und die eigenen kulturellen Traditionen für die Erneuerung der Kultur nutzbar zu machen. In seinem Essay, Was ist Deutsch? 1878 erstmals in den Bayreuther Blättern veröffentlicht, versucht er diese Frage, was denn Deutsch sei, versucht er diese Frage durch eine eigene Sprachtheorie zu beantworten, von der ich gar nicht sagen will, ob sie richtig ist oder nicht, es ist aber auch gleichzeitig die Grundlage seines ästhetischen Denkens. Eine Sprachtheorie, die er bereits in Oper und Drama entwickelt hat und die das Deutsche im Wesentlichen bestimmt als das, ich zitiere ihn, was uns deutlich ist, somit das Vertraute, uns Gewohnte, von den Vätern ererbte, unserem Boden Entsprossene. Das ist doch eine Definition, die überhaupt keine nationalistisch-chauvinistischen Untertöne hat. Seiner Auffassung nach ist diese Art des Deutschen, im Gegensatz zum Welschen, also zum Französischen, das er versteht, ich zitiere, worunter die germanischen Stämme, das den gälisch-geltischen Stämmen eigene begriffen. Aus dieser durch die Sprachforschung seit Herder und vor allem der Gebrüder Grimm bestimmten Auffassung des Verhältnisses von Sprache, Volk und Nation, zieht Wagner dann den Schluss, die ästhetische Auslegung und Aneignung der Welt und Natur durch die Kunst sei die primäre Aufgabe der Deutschen und dies sei zugleich ihre Stärke, weshalb sie für andere Vorbildfunktionen gewinnen könnten. Aber nicht in einem imperialistischen Sinne, dass sie das europäische, nicht-deutsche Ausland sozusagen mit Deutschtum beglücken, sondern im Sinne der Vorbildfunktion. Nur die Tatsache, dass das, ich zitiere, Schöne und Edle nicht um des Vorteils, ja selbst nicht um des Ruhmes und der Anerkennung Willen in die Welt tritt, sondern um seiner selbst Willen, nur dies kann zur Größe Deutschlands führen. Zitat Ende. In diesem Sinne ist auch die Notiz von 1865 zu verstehen, die immer wieder missverständlich in der Literatur, nämlich in einem chauvinistischen Sinne zitiert wird. Es stammt aus dem braunen Buch. Ich zitiere. Jetzt begreift mich kein Mensch. Ich bin der deutscheste Mensch. Ich bin der deutsche Geist. Fragt den unvergleichlichen Zauber meiner Werke. Haltet sie mit allen übrigen zusammen. Ihr könnt für jetzt nichts anderes sagen, als es ist deutsch. Aber was ist dieses Deutsche? Es muss doch etwas Wunderbares sein. Denn es ist menschlich schöner als alles Übrige. O Himmel, sollte dieses Deutsche einen Boden haben, sollte ich mein Volk finden können. Welch herrliches Volk müsste das werden? Nur diesem Volk aber könnte ich angehören. Zitat Ende. Hier ist, wenn man das Zitat wirklich im Kontext liest, Deutsch, als die Dominanz des kulturellen oder der kulturellen Leistung über das politisch-gesellschaftliche gemeint, als Vorrang der Kunst vor aller Politik. Das ist ja ein Grundtopos bei Wagner, dass er Politik verachtet. Das ist eine unsägliche Traditionsbegründung übrigens für die deutsche Geschichte, für die folgende deutsche Geschichte, die sich erst, wenn ich das als Politologe mal zwischenbemerken darf, seit 1949 mit dem deutschen Grundgesetz gleichsam normalisiert hat. Seither glaubt kein Mensch mehr in der Bundesrepublik, dass wir durch die Kunst uns selbst erlösen könnten. Aber bei Wagner ist dies ein feststehender Überzeugungstopos, dass die Politik in der europäischen Geschichte nur Unheil angerichtet hat. Und dass die Kunst dementsprechend der Kunst das Primat zukommt. Was Wagner hier notiert in diesem Zitat, dass er der deutscheste Mensch sei, meint genau dieses, dass er derjenige sei, der die Kunst in ihr eigentliches Recht setze vor aller Politik. Und das ist ganz im Geiste des eingangs zitierten Thomas Mann der Betrachtung eines Unpolitischen zu verstehen. Es hat keinerlei, das möchte ich wirklich betonen, keinerlei nationalistische oder gar hegemoniale Implikationen, sondern glaubt, über eine im Volk und in der deutschen Nation verankerte, sich aber gegenüber fremden Einflüssen nicht abschließende, sondern diese Einflüsse adaptierende Kunst vorbildhaft wirken zu können, wie die Sprechtschriften um 1880 zeigen, in einem weiten Sinne zur Regeneration, dort kommt der Begriff ja der Regeneration dann vor, die sogenannten Regenerationsschriften des Menschengeschlechts beitragen zu können. Cem Berlin, nur zur Erläuterung, Cem Berlin hat in seinem Wagner-Buch ein Eigenkapitel über die Regenerationsschriften von Wagner geschrieben. Und er schreibt dort völlig zu Recht, dass Wagner in den Spätschriften den Revolutionsbegriff habe fallen lassen und an dessen Stelle von Regeneration rede, weil der Revolutionsbegriff sich in der traditionellen Sprach-, Sprech- und Verständnisweise sich immer darauf richtet, die Veränderung des politisch-sozialen und möglicherweise einiger gesellschaftlicher Elemente, also auf die Veränderung vor allem des politischen Systems richtet, während die Regeneration eine fundamentale Veränderung des menschlichen Lebens insgesamt bedeutet, von der Ernährung über die Verhaltung hin zum System der Vergemeinschaftung. Und deswegen sei Regeneration, schreibt Cem Berlin, und ich halte es hier wirklich mit Cem Berlin, ich glaube er hat Recht, sei sozusagen der eingriffstiefere Begriff als der der Revolution. Die Revolutionshoffnungen der Jahre 48, 49 werden bei Wagner in den Spätschriften in die Hoffnung auf einen radikalen und auf einen grundlegenden Wandel des Bewusstseins der Menschen hin umgekehrt, man kann auch sagen sublimiert. Ich habe den Parsifal immer so verstanden, dass das eine Entwicklungsgeschichte ist, in der die Revolutionshoffnungen des Rings sozusagen sublimiert werden zur Veränderung des Bewusstseins, dass sozusagen die konkrete Revolutionshoffnung bei Wagner transformiert wird in die Hoffnung auf eine totale Bewusstseinsveränderung der Menschen, aus der dann auch die Veränderung, die revolutionäre Veränderung von Politik und Gesellschaft hervorgehen kann. Aber das Bewusstsein, das stimmt im Übrigen mit einigen marxistischen Theorien, spätmarxistischen Theorien ja sehr überein, dass die Bewusstseinsveränderung muss sozusagen der konkreten Veränderung der Gesellschaft und der Politik vorausliegen, wenn das Letztere gelingen soll. Also, ich glaube, dass hier die Hoffnung auf einen radikalen und damit grundlegenden Wandel des Bewusstseins der Menschen gemeint ist, der die Voraussetzungen überhaupt erst schafft, um, wie ich eben sagte, Politik und Gesellschaft fundamental verändern zu können. Eine Hoffnung, die auch der alte Wagner niemals aufgegeben hat. In Heldentum und Christentum, als Einfügung sei das erlaubt, ich mache das leider immer so, dass ich von meinem Skript abweiche, gibt es diese schöne Formulierung, die an Schiller erinnert, von der ästhetischen Weltordnung. Er hoffe auf eine ästhetische Weltordnung. Deren Fundament, schreibt er, natürlich eine Moral sein könne, die aus einem richtig verstandenen Christentum bezogen werden könne. Aber der Punkt ist die ästhetische Weltordnung. Und in dieser ästhetischen Weltordnung ist die Politik sozusagen und die Gesellschaft als ein sekundäres Strukturmerkmal mit impliziert. Wie ist mit diesem hier nur ganz kurz skizziert, das ist ja alles nur angedeutet, nicht? Ich würde das natürlich gerne ausführen, aber das geht ja hier nicht. Das ist alles nur angedeutet. Wie ist also mit diesem hier nur angedeuteten Konzept des Deutschen oder des deutschen Volkes und der deutschen Nation bei Wagner, nun die Vorstellung von Wagner als einem deutschen Nationalkomponisten überhaupt zu vereinbaren oder zu denken? Wenn man mal davon absieht, dass Wagner mythohistorische Stoffe der deutschen Geschichte benutzt hat, um seine Musikdramen zu schreiben und sich thematisch in die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstehende Germanistik und die durch sie bewirkte Wiederentdeckung germanischer Heldensagen, mittelalterlicher Ebenen und so weiter gut einfügen, alles Stoffe, die ja zum entstehen, zum kulturalistisch geprägten Nationalbewusstsein der Deutschen zu dessen Entstehen entscheidend beitrugen und auf die sich umgekehrt ja auch die Deutschen als ihre Legitimationsgrundlage ihres entstehenden Nationalbewusstseins berufen haben. Was heißt da Nationalkomponist und in welchem Sinne lässt sich dieser Begriff eigentlich auf Wagner anwenden? Wagners Begriff der Nation ist, ich habe das versucht jetzt hier zu skizzieren, das könnte man auch sehr viel materialreicher detaillieren, Begriff der Nation ist der einer Kulturnation mit all den Implikationen, die in der deutschen Geistesgeschichte seit dem 18. Jahrhundert, vor allem aber im 19. Jahrhundert, als Kompensation für die den Deutschen durch die europäischen Großmächte verweigerte nationale Einheit damit verbunden sind. In einem einzigen Satz, das habe ich gestern schon in einem Diskussionsbeitrag gesagt, während andere europäische Staaten sich als politische Nationen definieren, Frankreich etwa spätestens seit 1879, aber natürlich weit davor, weil es immer ein zentralisierter Staat war, mit Paris als Zentrum, definieren die Deutschen, genauer die Menschen in den deutschsprachigen Ländern, muss man für das 19. Jahrhundert eigentlich formulieren, ihre nationale Einheit über die Sprache, also über die Literatur, aber auch über die Musik. Ich möchte mal darauf hinweisen, es gibt ein vergessenes, aber für diesen Sachverhalt unglaublich einschlägiges und brillantes Buch von Richard Benz, Die Stunde der deutschen Musik, einige werden es kennen, Die Stunde der deutschen Musik, zwei Bände, 1923, 1927, geschrieben. Das ist ein Heidelberger Privatdozent gewesen, der diese zweitigen Bände geschrieben hat und der in diesen Büchern schreibt, dass das, was die deutsche Nation und das deutsche Nationalbewusstsein und die Qualität des Deutschen überhaupt ausmacht, nur in der Musik zum Ausdruck kommt. Und er macht dann eine Reihe von Bach bis zu Pfitzner, Wagner nimmt er aus, der hat die nationale Dimension der Musik versaut, laut Benz, aber das ist ein anderer Punkt, das braucht ihr nicht zu interessieren, aber Die Stunde der deutschen Musik, das ist ein Titel, von dem ich finde, dass er genau trefflich in diesen Zusammenhang passt. An dieses Faktum schloss Wagner zunächst an. In diesem Verständnis sah er sein Werk als national vorbildlich an und fühlte sich auch als eine Art von Nationalkomponist. Hier stand er mit seinem Selbstverständnis, auch nach seinem Selbstverständnis, in der Tradition von Karl-Marias von Webers Freischütz, wir haben gestern darüber lange geredet, der ja nach seiner Premiere von 1871 als Nationaloper wie auch immer gehandelt wurde. Nationalkomponist in diesem Sinne hieß, sich auf die kulturellen Wurzeln des eigenen Volkes zu besinnen und einen Bogen zu spannen von der Sprache als dem Fundament der Volksgemeinschaft hin zu den unterschiedlichen kulturellen Bereichen und Leistungen und erst an aller, aller letzter Stelle zur Politik. Die Erbeverwalter Wagners allerdings, das ist für mich eine entscheidende Zäsur, in der Wagner-Interpretation, die Erbeverwalter, da zähle ich schon Cosima dazu, aber dann natürlich den engeren Kreis um Bayreuth, mit allen voran Hans von Wollzogen, den etwas intellektuell unbedarften Propagandisten, in Absetzung dazu den intellektuell sehr gut ausgestatteten Justin Chamberlain. Diese Erbeverwalter Wagners politisierten noch während der letzten Lebensjahre des Komponisten dieses kulturalistische Verständnis der Nation. Da haben wir eine Unterscheidung, glaube ich, weil ich denke, diese Politisierung ist nicht so sehr durch Wagner erfolgt. Auch da gibt es natürlich politische Vorstellungen, etwa die Föderalismusvorstellung in Kooperation mit Konstantin Franz, mit dem er da ganz eng zusammengearbeitet hat und sie taten dies zu einer Zeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da das Deutsche Reich sich zunehmend in Konkurrenz zu anderen europäischen Staaten, vornehmlich zu England und zu Frankreich, vor allem aber zu England glaubte. Diese Politisierung war ein kontinuierlicher Prozess, auch ein Prozess der allmählichen Uminterpretation von ursprünglich ästhetischen Ausgangspositionen bei Wagner, der sich in der Rezeptionsgeschichte dann in den Werken Wagners eindrucksvoll nachvollziehen lässt. Beispiel soll, es ist unvermeidlich hier, wir haben das schon ein paar Mal getan, sollen die Meistersinger sein. Ich will nun angesichts der Komplexität der Rezeption der Meistersinger nicht eine Geschichte der Rezeption der Meistersinger hier vortragen, das ginge zeitlich gar nicht, sondern nur ein paar Stichworte dazu geben. Bereits während der Entstehungszeit der Meistersinger und noch vor deren Beendigung, 1867, schrieb Hans von Bülow, der die Uraufführung ja leiten sollte, im Juli 1866 einen Brief an Joachim Rath, in dem er das entstehende Werk als Gipfelpunkt, Zitat, des wagnerischen Genies pries und sich, Zitat, eine zündende Wirkung im nationalen Sinne davon versprach. Da war das Werk noch nicht zu Ende komponiert. Gegenüber dem Komponisten Alexander von Ritter schrieb er, auch Bülow, in einem weiteren Brief, Magnus Meistersinger stellten, Zitat, das Höchste dar, was man unter nationaler Blüte verstehen könne. Einen Tag vor der Uraufführung, am 21. Juni 1868, schrieb Peter Cornelius in der Neuen Zeitschrift für Musik, bereits in einem Artikel über die bevorstehende Uraufführung, es handele sich hier um eine Nationaloper, und er meinte, Zitat, das deutsche Volk werde früher oder später wie in einem Spiegel in dieses Werk schauen und sich für alle Zeiten hier gemalt sehen, Zitat Ende. Diese Einschätzungen, sowohl von Bülow wie von Cornelius, waren nicht mehr nur kulturalistisch gedacht, sondern durchaus bereits in einem politischen Sinne gemeint, was aus der Formulierung von Cornelius in dem Artikel in der Neuen Zeitschrift für Musik hervorgeht, wenn er schreibt, Wagner habe hier einen Sachs gezeichnet, der als Symbol des in diesen Tagen, jetzt kommt das Zitat, kräftigen, bewussten Zusammennehmens und Zuschreitens auf die gebührende Weltgeltung Deutschlands gelten könne. Gewiss gab es nach der Uraufführung und in den Jahren danach sehr unterschiedliche Stimmen und eine ganz weit gespreizte Interpretationsskala von der Symbolisierung der deutschen Kunst bis zu Sachs als allen modernen Christus. Aber mehr und mehr geriet das Werk in den Sog der Politisierung, der vor allem durch zwei Momente ausgelöst wurde. Zum einen durch die Überhöhung der Figur des Schusterpoeten Sachs, dessen Schlussmonolog nach der Schlacht von Sedan, 1. September 1870, unmittelbar nach dieser Schlacht an der Berliner Lindenoper bereits direkt auf den Sieg über Frankreich bezogen wurde, wozu die fossische Zeitung bemerkte, es müsse als Besprechung dieser Aufführung, um das Theater auf seinen idealen Höhepunkt zu heben, Zitat, eine gründliche Abrechnung mit französischem Wesen gehalten werden. Zum anderen aber durch die Verbindung des Werkes mit der Regenerationsidee Wagners, die zunehmend als Bedingung der politischen Wirkungssteigerung des Deutschen Reiches ausgegeben und verstanden wurde im Umfeld von Wagner. Hinzu kam, dass von Bayreuth selbst etwa durch Wollzogen zwischen den Meistersingern und dem Parsifal Parallelen gezogen wurden, die ich jetzt nicht ausführen kann, die aber dazu führten, dass ähnlich wie man den Parsifal sakralisierte, auch eine Sakralisierung im nationalen Sinne der Meistersinger, vor allem auch der Figur von Hans Sachs allmählich Platz grief. So wurde das Stück im Laufe der Jahre in den Rang eines höchsten kulturell-politischen Nationalguts gehoben und es wurde Beispiel dafür, zu erklären, woher die Deutschen kamen und wohin sie gehen sollten. Parallel dazu nahmen viele Interpreten, vor allem die Autoren in den Bayreuther Blättern, die Haltung ein, Wagners Werke seien die einzig gültigen Beispiele für eine neue deutsche Kunst von Weltgeltung. Einer Kunst, in der zugleich aber auch, und das macht den Unterschied zu Wagners eigenem Verständnis, frühen Verständnis aus, die deutsche Weltgeltung mit politischen Ansprüchen aufgehoben war. Von, ich zitiere, erhabenem Ausdruck des germanischen Wesens war da die Rede, auch vom siegreichen Kampf des germanischen Ideals gegen die Fremden, also feindlichen Mächte. Und 1916, mitten im Ersten Krieg, entschuldigen Sie die großen zeitlichen Sprünge, schrieb Richard Sternfeld, Jude und Vorsitzender des Berliner Wagner-Vereins, in einem Buch davon, in den Meistersingern finde der Deutsche jene Ideale, die ihm erlaubten, auf dem Heimatboden stehend, kämpfend gegen eine ganze Welt, sich zu behaupten, aber mit dem Haupte über die Wolken erhoben, zum Ewigen aufzublicken. Das ist doch ein schönes Zitat, ne? Zitate ähnlicher Qualität ließen sich noch viele beibringen, für die, es mag hier mit den wenigen, die ich Ihnen vorgetragen habe, sein Bewenden haben. Die direkte politische Indienstnahme der Meistersinger erfolgte allerdings, darauf hast du gestern ja schon hingewiesen, erst im Vorfeld der Festspiele von 1924, als sich von Warnfried unterstützt, dann ein völkisch-nationalistisches Treffen mit den wichtigsten reaktionären Figuren der deutschen Politik in Bayreuth abspielte, unter anderem auch der kurz zuvor wegen seines Münchner Putsches von 1923 verurteilte General Ludendorff dabei war. Die Festspiele wurden mit den Meistersingern veröffentlicht. Im offiziellen Festspielführer wurde diese Premiere in einem völkisch-nationalistischen Weltanschauungsrahmen eingepasst. Es gibt übrigens ein Bild, wo die Faust das Schwert, das nach oben zeigt, umfasst und wo drin stand, dass das deutsche Volk noch immer, dem Sinne nach, noch immer nur sich selbst befreien konnte. Das war auf Versailles natürlich gezielt. Und noch während des Endmonologs, auch das hat Jens Malte Fischer gestern schon gesagt, stand das Festspielpublikum auf und sang das Deutschlandlied und es gab Heilrufe. Warnfried, das nur nebenbei, war 1924 mit Hakenkreuzflaggen geschmückt. Über dem Festspielhaus wehte die alte Reichsflagge in schwarz-weiß-rot. Und spätestens zu dieser Zeit waren Wagners Absichten, in den Meistersingern eigentlich etwas ganz anderes zu komponieren, nämlich seine ästhetische Weltordnung. Die Meistersinger sind ja aus meiner Sicht, bitte um Entschuldigung, gibt natürlich andere Interpretationen, nichts anderes als der Versuch, über die ästhetischen Regeln, die im ersten Aufzug ausführlich erklärt werden, klar zu machen, wie die Kooptation einer Künstlergemeinschaft funktioniert, wobei diese Künstlergemeinschaft dann auch in sozialen Kategorien beschrieben wird. Wenn der Sachs dem Stolzing erklärt, was ein Paar ist und warum da noch ein Abgesang dazu muss, dass das Vater und Mutter ist und ein Kind und dass das Familie ist und dass man sehen muss, ob die Familie gelungen ist, so ist das die direkte Übertragung von ästhetischen Kategorien auf soziale Kategorien, sodass das ganze Meistersinger-Drama sozusagen unter der scheinbaren Darstellung ästhetischer Regeln auch immer schon die sozialen Implikationen hat, ganz in dem Sinne, in dem Wagner sich das Verhältnis von Ästhetik und Politik vorgestellt hat, die Ästhetik geht voran und aus ihr folgen die sozialen und politischen Regeln, nach denen sich jemand organisiert. Also diese Absicht Wagners in den Meistersingern, seine politische ästhetische Utopie konkret zu komponieren, es gibt in den Meistersingern ja auch keine politischen Institutionen, es gibt keine politischen Symbole, außer dem Nachtwächter, der zweimal zu spät kommt und natürlich außer Beckmesser, der ein Schreiber ist, aber gar nicht in dieser Funktion auftritt. Dieses ist spätestens in dieser Situation total korrumpiert und völlig uminterpretiert. Diese Entwicklung ging dann weiter, das will ich mir jetzt schenken, die verschiedenen Funktionalisierungen der Meistersänger dann im Dritten Reich, Tag von Potsdam fängt das an, das können wir uns alles schenken, bis hin zu den Festspielen, Kriegsfestspielen mit BDM-Mädchen auf der Wiese und Angehörigen der SS-Division Wiking, die da auf der Wiese waren. Lassen Sie mich noch ganz kurz zum Schluss kommen, ja ich komme zum Schluss, ganz kurz bevor ich zum Schluss, also im Schluss, die Verfahrensweise und die Methode kurz skizzieren, die eine solche Uminterpretation überhaupt erst ermöglicht und damit ein Werk für nationalistische Machtfantasien in Haftung nimmt, das seiner Intention nach völlig anders, nach meiner festen Überzeugung völlig anders gedacht war. Es ist ein sehr einfaches Verfahren von genereller Bedeutung. Worte und Begriffe, die auftauchen im Text, werden semantisch uminterpretiert. Sie werden aus ihren Kontexten herausgelöst, Einzelaspekte werden verdichtet beziehungsweise über- oder unterakzentuiert und mit neuen ideologischen Inhalten verbunden, die sich semantisch scheinbar an das Gegebene anschließen. Das Verfahren, was der Uminterpretation der Meistersinger historisch zugrunde liegt, erinnert an das Verfahren, was mit der Mythosinterpretation ganz ähnlich läuft. Im Mythos haben sie einen narrativ stabilen Kern von der Erzählung, in den sich immer wieder hohlenden Nacherzählungen, wird dieser stabile Kern zwar einerseits tradiert, aber gleichzeitig wird er variiert, werden bestimmte Aspekte selektiert, es wird umakzentuiert und mit neuen inhaltlichen Konnotationen versehen. Jeder erzählt einen vorgegebenen Mythos, einen festen, mythischen, narrativen Kern in einer eigenen Weise. Das, was Blumenberg die Arbeit am Mythos genannt hat, legt sich auch im Falle literarischer, musikalischer Werke jahresringengleich um diese Werke herum. Es sind Varianten der Interpretation um den Kern der Erzählung und diese Varianten werden durch immer neue Aspekte der Deutung und Zuschreibung ideologisch langsam und allmählich funktionalisiert, das heißt in vorgegebene und erwünschte Kontexte eingepasst. Ein Stück wie die Meistersänger, dessen Libretto mit Sinn tragenden Begriffen wie Volk, Meister, Ehre und Deutsch Ansatzpunkte für solch eine Technik bietet wird, wie es Herfried Münkler in seinem großen Buch über die Mythen der Deutschen in Bezug auf den Mythos formuliert hat, ich zitiere ihn, politisch fungibel durch Kontextdestruktion, durch die Auflösung narrativer Stringenz, durch die Verdichtung des Erzählten zum Bild. Der epische und dramatische Text verliert dabei mehr und mehr an Bedeutung. Einzelne Figuren werden herausgelöst aus der Handlung und werden zu selbstständigen Sinnbildern verdichtet. Zuletzt zerfällt auch die literarische Einheit der Figur und alle Widersprüche, die sich im Werk selbst auftun werden, durch Interpretation getilgt. Nach solchem Muster werden die Meistersinger jeweils politisch verfügbar. Es ist, wenn Sie so wollen, die Dominanz des Kontextes über den Text, die das Stück in den Rang einer Nationaloper und damit Wagner in die Position eines Nationalkomponisten in einem explizit politischen Sinne katapultiert hat. Und zwar, genauer gesprochen, in einem völkisch-nationalistischen Sinne. Gegen solche Strategien manipulativer Vereinnahmung ist kein Kunstwerk, auch kein Künstler gefeit. Zumal Wagner nicht, dessen begriffliche Ambivalenzen in seinen Texten es denjenigen, die ihn zu seinen Zwecken gebrauchen wollen, eher leicht gemacht hat. Wo der Anspruch über Wagner erhoben wird, die Kunst solle in das Leben hinein intervenieren und dieses Leben auch strukturieren, liegt die Versuchung einer Politisierung der Kunst natürlich nicht weit. Zumal dann nicht, wenn die Stoffe so fest im nationalen Kollektivgedächtnis verankert sind, wie diejenigen, die Wagner für seine Musikdramen genutzt hat. Vielen Dank.